Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Jetzt machen wir erstmal SmackDown und rein da, hat der Chris Melzig vor fünf Sekunden gesagt und ich habe das direkt als Anmoderation geklaut. Wir sind wieder an diesem wunderbaren Samstag zugegen, um über SmackDown zu reden. Wie ich gerade gesagt habe, das Marcel Weber, ja, bin ich, kennt mich vielleicht, einige andere nicht. Chris Melzig kennt auch einige andere nicht. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu dieser wunderbaren Spotfight Wrestling Review. Achso, das ist mein Part. Ja, ich sage natürlich auch Hallo. Ja, jetzt bist du dran. Okay, sehr nett. An alle Zuhörer, alle Zuschauer, herzlich Willkommen bei SmackDown an diesem wunderschönen Samstag. Ich hoffe, ihr habt ein fantastisches Wochenende, wenn ich hier so raus schaue, also das Wetter, das spielt auf jeden Fall mit, da könnt ihr gerne mal rausgehen und was Geiles machen, aber jetzt solltet ihr euch erstmal diese Review anhören, weil die wird großartig, Marcel, die wird großartig. Ja, mega, mega, mega gut, weil immer, immer gut, ja. Ja, ich sollte wieder eine Anmoderation aufschreiben, habe ich ja früher immer gemacht, als ich mir noch Mühe gegeben habe und jetzt wird es immer schlimmer, jede Woche immer schlimmer, aber ist egal, ich bin jetzt Special Guest Timekeeper geworden, also ich bin absoluter Profi, mir kann keiner mehr was. Ich habe mein Lebensziel erreicht, wir waren bei Project Nova letzte Woche, du warst auch da. Es gibt einen Nachschlag dazu, den haben wir bereits aufgenommen, der wird heute veröffentlicht, habe ich gerade eben erfahren. Wunderbar wird das, Patrons Kanalmitglieder, gibt uns euer Geld, weil wir lieben Geld und dann könnt ihr das anhören, wie der Chris, der Pär und vor allem auch der Virgil über diese Show mit mir reden und das wird toll. Da haben wir über Sachen geredet, Pär hat gekackt, ganz oft, darf man das sagen? Nee, stimmt, wir sind ja jetzt nicht unter uns. Wir haben im Nachschlag über solche Dinge geredet, der gehört das dazu, hier in der Smackdown Review, vergesst das, habe ich gar nicht gesagt. Nee, Chris, mach mal Werbung dafür. Ja, hört euch das auf jeden Fall an, da gibt es interessante Einblicke. Ich meine, Marcel war zum ersten Mal Backstage bei der Wrestling Liga, das könnt ihr euch anhören. Der hat Ding, 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 Ding gemacht, das könnt ihr euch anhören. Virgil, den haben wir ungefähr 30 Sekunden an diesem Tag gesehen, das könnt ihr euch anhören. Und der Pär, der hatte ganz, ganz wichtige Geschichten am Bahnhof in Richtung Berlin, weil er ganz oft, naja, Dinge machen musste. Aber das alles erfahrt ihr dann im Nachschlag, das wird großartig und deswegen checkt das auf jeden Fall aus. Ist dann nach Smackdown auf jeden Fall online auf patreon.com slash spotfightpodcast. Ja, beim Pär ließ flüssig. Der Pär, den sehen wir morgen auch wieder, Stammtisch machen wir wieder, wie jede Woche jetzt. Ja, du bist da, Tobi Papedo ist da, Pär ist da, vermutlich bin ich auch da, lass ihn mir doch nicht nehmen, morgen Abend, Sonntagabend, weiß ich nicht, wissen wir schon eine Uhrzeit? 19 Uhr, 20 Uhr, schaut einfach rein. Bist du noch nicht, aber checkt die Social Media Kanäle und sowas aus, wir werden morgen auf jeden Fall den Stammtisch wieder live auf Twitch machen. Geil, twitch.tv slash spotfight.de, da seid ihr dabei, ich hab so viel Werbung, es ist unfassbar. Dynamite 250 ist gewesen, hört euch die Review an mit Tobi und Jess, die krasse Sachen passiert, eine Stunde Match für den Faktfinish, toll war das, noch besser. Pro Talk ist wieder da, ich hab's gesehen, heute, heute Nacht, oder wann war das, irgendwann hab ich's gesehen, auf einmal war er da, boom, TJ und der Mac, unsere beiden Pro Wrestling Team, haben ein Q&A gemacht, ihr durftet alles fragen, wirklich, und die haben alles beantwortet, das ist ganz toll. Und nochmal Werbung für den Puro-Pod, das ist ganz toll, mit der G1-Vorschau, das machen der Elias und der Yannick, was Neues bei uns, auch für Kanalmitglieder, da wird über Japan gesprochen, können wir auch mal machen, warum denn nicht. Ey Marcel, ganz ehrlich, es hat sich doch nie gelohnt, mehr Patreon zu sein als jetzt, überleg mal, die ganzen Formate, Puro Talk, Pro Talk, Stammtisch, da passiert ganz viel momentan, deswegen, also wenn man schon mal Patreon sein wollte, dann ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ja, aber definitiv, auch jetzt zum SummerSlam hin und so, da bekommt ihr ja alles, das volle Programm, wir werden wahrscheinlich den Sebastian Hacker dann auch wieder rein und für die Preview, kriegt ihr alles, wenn ihr uns Geld gebt, wir lieben Geld, wirklich. Spotlight braucht Geld dringend, ich brauch Geld, weil ich muss mir ganz viele Dinge kaufen, ja, und das ist ganz toll, das hab ich jetzt auch nochmal gesagt, das ist wunderbar. Letzte Woche waren wir, wie gesagt, in Berlin, letzten Samstag, deswegen haben wir ja SmackDown nicht gemacht, ich hab mir das angehört, der Flo, der TJ, die haben das ja viel besser gemacht als wir, deutlich besser, also eine richtig gute Review haben die gemacht, also ich würde mir die jetzt lieber anhören, als das, was wir gleich zu erzählen haben, ja, also das muss man auch mal sagen. Aber ihr seid TJ und Flo doch gar nicht wert, wie das Solo-Secure sagen würde, ihr willkommen stattdessen uns, und deswegen würde ich dich ganz gerne fragen, Chris, um diese Review ansprechend zu beginnen, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Heute ist der Tag, nachdem ich bei Taylor Swift war, ist das nicht großartig, Marcel? Ach, da war ich gestern auch. Geil, du warst bei Taylor Swift, bist du Swifty, oder wie heißt die? Die Swift sind Tomaten. Ich bin gestern so ein bisschen zum Swift-Tomaten mutiert, ja, es war cool, war in Gelsenkirchen, Riesenstadion, Paramore war da, Taylor Swift war da, über drei Stunden Show, der Hammer war das, also ist das für mich der Tag, nachdem ich bei Taylor Swift war, aber ich weiß halt nicht offiziell, welcher Tag heute ist. Ich hätte jetzt noch gefragt, was dein Lieblingslied ist, aber das besprechen wir gleich, Okay, hier, das sag ich dir gleich. Ja, sagst du mir gleich, meine fünf Minuten sind fast um, deswegen. Nein, ich möchte dir sagen, welcher Tag heute ist, gut, dass du nochmal nachfragst. Heute ist der Wirf-Könnte-und-Sollte-Weg-Tag. Und wir könnten jetzt echt so langsam mal anfangen, denn sollte es noch einen Zweifel geben, dass Solo Secure unser Tribal Chief ist, dann hat er jetzt eine Paprikakette, um das höchst offiziell zu beweisen. Kein Tribal Combat, nix. Der ist einfach reingegangen zum schlafenden Roman Reigns und hat ihm die Kette abgeluchzt, so sieht es doch aus. Und jetzt hat er sich sogar ein SummerSlam Main Event klar gemacht. Ist noch nicht ganz offiziell, aber wenn Cody Rhodes da ist, sagt er, wird das schon stimmen. Der Cody hat sich gedacht, nee, komm, ich kann jetzt nicht für immer belanglose Übergangsmatches machen, deswegen gehen wir mal in die Vollen und hoffen darauf, dass am Ende The Rock oder The Reigns auftauchen zum großen Finale von SummerSlam. Das ist aber ein anderes Thema. Wir sind heute in Omaha angekommen. Die Crowd hat Bock, denn unser Cody Rhodes eröffnet die SmackDown-Show und er hat seinen Warhol mitgebracht und er hat Terrence Crawford im Publikum mitgemacht. Und Chris, wir spielen jetzt wieder unser allseits beliebtes Spiel. Habe ich einen Grammy oder mache ich Sport? Was sagst du? Terrence Crawford, wer ist das? Ja, man hat dann nachher diese Match-Grafik vom Boxkampf eingeblendet, deswegen hat es mir das ein bisschen einfacher gemacht. Ja, du fragst eine Frage und die blenden drei Sekunden später halt so eine Match-Card von einer Boxfight an. Also ich würde mal tippen, dass der Mann Sportler ist. Ja, es ist ein Boxer. Es ist ein Super-Welter-Gewicht-Boxer. Das ist toll. Das wäre auch eine neue Idee für ein Goethe bei AW. Der Super-Welter-Weight-Belt. Fände ich geil. Ist übrigens das Gleiche. Ich habe das rausgefunden, weil ihr bekommt ja Informationen bei uns. Ich habe das rausgefunden. Super-Welter-Gewicht ist das Gleiche wie Halb-Mittel-Gewicht, was immer das denn wieder bedeutet. Cody Rhodes sagt uns was und das ist auch sehr wichtig. Lasst uns doch jetzt mal ganz gerne über Randy Orton reden. Mein Freund und Mentor Randy Orton. Meine Familie, mein Bruder. Das heißt, wir waren wieder so kurz vor Dusty, aber hat er nochmal vermieden, ne? Der wurde durch einen Tisch geworfen, der Arme. Solo Sikoa, du fiese Büx. Wie fühlst du dich, dass ich hier als Champion stehe und du nicht? Jetzt kommt aber nicht Solo Sikoa, das wäre zu spannend, sondern A-Town Down Under. Yo, Austin Sear und Grayson Warner unterbrechen. Und sofort schaltet sich mein Wrestling-Hier ein und sagt mir, Cody Rhodes braucht einen Tag-Team-Partner. Verdammt. Mal gucken. Seary sagt, wegen dir wurde ich von Jacob Fatou attackiert. Grayson Warner sagt, wegen dir wurde auch Randy Orton attackiert. Cody Rhodes kloppt sofort drauf, wird aber schnell in die Schranken gewiesen. Er hat keinen Tag-Team-Partner. Nun ja, Halb-Mittel-Gewichts-Boxer Terrence Crawford reicht ihm zum Glück einen Stuhl. Cody dreht auf und gewinnt. Den Inhalt suche ich bis jetzt, aber die Show geht ja auch gerade erst los, Chris. Wie hast du diesen Anfang empfunden? Oh, das war ein ganz harter Anfang, weil ich jetzt gar nicht gecheckt habe, was macht ein A-Town Down Under da jetzt mit Cody? Also, da war ich ja schon wieder raus. Letzte Woche noch von der Bloodline attackiert. Heute sind die so ein bisschen assisting und gehen gegen die Gegner von der Bloodline. Habe ich gar nicht verstanden. Also, hat mir auch nichts gegeben, war ich kein großer Fan von die Promo selber. Aber, ich habe auch nur drauf gewartet, dass der Dusty endlich kommt. Ich dachte, gleich kommt er. Wir sind schon bei der Familie. Mein Bruder. Es ist ein Fingerzweig davon entfernt, dass wir wieder beim Dusty sind. Aber, hat er nicht gemacht, hat er nicht gemacht. Vielleicht gibt es dann nächste Woche wieder den Frosch und den Skorpion. Wer weiß das schon. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber Eltern. Ja, es ist super dünn. Eltern und Anahe habe ich nicht verstanden, warum die da rauskommen. Oh, es braucht eine Mystery-Tag-Team-Partner. Randy ist raus. Wer ist denn da noch übrig? Das wird eine ganz große Überraschung. Bleibt in der Review dran. Dann erfahrt ihr es im Main-Event. Das war groß. Groß war das. Das wissen wir ja bis jetzt doch gar nicht. Ich habe ja gesagt, das habe ich mir jetzt überlegt. Weil ich schon mal Wrestling geguckt habe. Ich habe gedacht, der braucht einen. Das weiß der Cody zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, dass er einen braucht. Das ist das Spannende. Ja, das werden wir noch im Verlauf der Show vielleicht erfahren. Aber ich sage euch, das ist wirklich dünn. Ich bleibe bei meiner Meinung. Cody wird so nicht mehr heiß. Es ist alles Übergang. Und wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass Cody gegen Solo kämpft und dann kommt Roman, dann frage ich mich auch, was ist dann die Geschichte für einen Cody Rhodes, die dann ab Summerslam weitergeht? Boah, tue ich mich sehr schwer mit, hat mich nicht abgeholt. Und das war schon sehr, sehr dünn, Marcel. Ja, es war ja wirklich gar nichts. Also Cody sagt nichts von Inhalt außer Ohr der arme Randy, um da irgendwas aufzubauen. In der Zukunft. Ich hätte es ja noch lustig gefunden, wenn dieser Terrence Crawford, wenn der einfach mal so eine Halbmittelgewichtsrechte an Grayson Woller rausgefahren hätte oder so. Das wäre ganz lustig. Aber so hat er einfach einen Stuhl her im Publikum. Der Stuhl wäre sonst die Special Guest Timekeeper Area. Da hätte der Cody auch hingehen können, hat er nicht gemerkt. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Nee, aber war scheiße. Scheiße auf. Ich habe auch gedacht, verdammt, was wird das heute? Ja, und jetzt kommt der Inhalt. Pass auf. Denn Cody geht jetzt direkt zu Nick Aldis. So einer ist das und will ein Match gegen die beiden. Aha. Und was sagt unser Meisterdetektiv Nick Aldis mit all seinem Gespür und all seiner Weisheit? Ja, nee, das sind zwei und du bist alleine. Du brauchst einen Tag-Team-Partner. Hat der auch gemerkt. Aha. Und Cody so, nein, brauche ich nicht. Und Nick so, doch, such dir einen. Und Cody ist so schwer am Atmen. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt, ob das Kevin Owens wird. Habe ich mir gedacht, zu diesem Zeitpunkt, ohne zu wissen, dass es am Ende Kevin Owens wird. Wir haben eine Match-Story. Jetzt hast du gespoilert. Ich habe es gespoilert. Jetzt hast du gespoilert. Ja, ohne Spoilert. Tut mir echt leid. Tut mir echt leid, Leute, wirklich. Ich war so begeistert von dieser Show heute. Kevin Owens. Ja. Es ist so spannend gewesen. Also, wer hätte damit gerechnet? Wer hätte damit gerechnet, Marcel? Unfassbar. Ich, ich, ich. Ja, doch, ich. Tatsächlich. Du nicht? Ja, ich natürlich auch. Also, ganz ehrlich, wer ist denn da noch übrig? Randy ist raus, KO ist noch am Start. Das war ja ganz klar, wer das wird. Und dann die ganze Show über so eine Mystery-Tag-Team-Partner-Geschichte zu erzählen. Boah, das war schon wieder hart, ey. Ich weiß nicht. Also, alles rund um Cody ist aktuell harter Tobak. Das holt mich gar nicht ab. Und ich kann gar nicht verstehen, dass die Fans da noch so investiert sind. Weil anhand der Crowd-Reaction merkst du ja, dass da schon ein Interesse da ist. Ja. Nur, mich lässt das Interesse da ziemlich kalt. Aber das ist vielleicht auch mein persönliches Problem. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr gerade zum Cody steht. Holt der euch ab oder ist das für euch auch eher ein bisschen kalt? Ja, die Leute in der Halle, die lieben es. Das ist ja das Krasse. Die WWE kommt ja damit durch. Die machen es halt. Und es funktioniert nur bei uns halt irgendwie nicht. Weil wir das schon ein paar Mal gesehen haben. Unter anderem letzte Woche, vorletzte Woche und die Woche davor. Aber vorher jetzt erstmal ein Match meiner beiden Favoriten. Ich war richtig drin in dieser Show. Und jetzt dachte ich, boah, jetzt geht es los. Camelo Ace sitzt jetzt beim Barbier. Andrade, du bist fällig. Da sind sie. Andrade und Camelo Ace, ich liebe sie beide. El Idolo. Wer will den Sieg mehr? Das ist die Frage, die uns die Kommentatoren stellen. Weil sie nicht wirklich mehr an die Hand bekommen von den Leuten. Was soll's. Aber Matt ist stark. Das will ich gar nicht schlecht reden. Andrade mit doppeltem Wunschold. Oder wie Wade Barrett sagt, die schnellste Schachpartie der Welt, die wir hier sehen. Am Ende gewinnt Andrade und hat nun jede Menge Momentum. Definitiv mal im Match of the Night. Das war stark. Habe ich es gebraucht? Nein. Aber die Crowd schon. Also insofern war das in Ordnung. Auch mein Match of the Night. Ich fand es ganz cool, dass wir vorher dieses Video zu Camelo bekommen haben. Weil er dadurch ein bisschen mehr Tiefe kriegt. Klar, der sitzt jetzt nur beim Friseur. Er ist jetzt nicht die krasseste Weiterführung von einem Charakter. Klar, aber nichtsdestotrotz siehst du ihn mal in einem anderen Setup. Und ich glaube, das wirkt bei der Bindung schon ein bisschen mehr mit rein, als einfach nur Matches zu bestreiten. Von daher war das schon mal ein cooler Start. Dass er dann gegen Andrade verliert, ist natürlich bitter. Hätte so auch bei Speed stattfinden können. Ich gebe euch gleich mal ein Speed-Update. Da gab es nämlich Camelo Hayes gegen Ilya Dragunov. Und wer hat gewonnen, Marcel? Sag mir mal, wer gewonnen hat. Camelo Hayes, klar. Nein, unentschieden. Speed-Up, Zeit vorbei. Haben die sich Mühe gegeben? Ja, dadurch sind im Turnier nämlich beide ausgeschieden. Und Baron Corbin hat so mit einem Match den Number One Contenderspot. Ist das großartig. Was? Wenn man unentschieden ist, ist man raus? Gibt es kein Elfmeterschießen oder so? Bei Speed war, wenn ein Unentschieden ist, sind beide ausgeschieden. Und das war in dem Fall so. Deswegen ist Baron Corbin jetzt mit einem Sieg direkt im Finale. Großartig war das. Glückwunsch. Na, da war das Match heute schon ein bisschen besser. Ja, hat mir gefallen. Also, ich sehe hier die gleichen Probleme, die wir immer ansprechen. Andrade braucht halt einen Manager. Der funktioniert nicht am Mikrofon. Der hatte nach SmackDown auch noch eine Promo. Er redet halt gebrochenes Englisch. Das funktioniert im US-Resting nicht ganz so gut. Aber matchtechnisch war es super. Also, es hat mir gut gefallen. Hat mich abgeholt. Hat Spaß gemacht. Aber, weiß nicht, sehe da jetzt auch nicht die größte Zukunft, wenn das mit den beiden einfach nur weitergeht mit guten Matches. Sondern da muss ein bisschen mehr rein. Sieh das doch mal positiv. Weißt du, wenn mal der Andrade verletzt ist, kann man den Santos da hinstellen und keiner merkt es. Und umgekehrt. Ja. Camelo Hayes, der war ja bei NXT auch immer bei seinem Frisur. CutWiz hieß das damals. Da ist er ja sogar noch zur Frisur hingefahren. Heute hat er das nicht mehr nötig bei SmackDown. Dann holt er die Leute zu sich rein, Blackstage. Und dann wird er ein bisschen frisurisiert. Das ist toll. Und das war gut. Ja, es war in Ordnung. Will ich jetzt nichts gegen sagen. Diese Show selber nicht, werden wir gleich noch so sagen. So. Jetzt machen wir ein klassisches. Wir sitzen ganz woanders auf der Weltinterview. Zwischen der Summerslam-Herausforderin Nia Jax und der WWE Women's Champion Bayley. Also, die sind nur zugeschaltet, weil die ist zu intensiv, die Fäde zwischen den beiden. Man darf die nicht nebeneinander stellen. Das geht auf gar keinen Fall klar. Corey Graves macht jetzt eine Frage. Und Nia Jax hat gar keinen Bock auf die Frage. Deswegen ist es kein Interview, sondern ein Gespräch. Corey Graves sitzt auch wieder ganz woanders. Er sitzt, glaube ich, am Pult. Nia Jax sagt uns, sie will gewinnen beim Summerslam, denn sie ist die Königin. Bayley will sie aber nicht Königin nennen. Du hast mir damals mein Summerslam-Match weggenommen, meine ganze Karriere verändert. Und Nia Jax sagt, ich bin die Königin und ich nehme dir den Gürtel weg. Bayley sagt, ich werde den Gürtel behalten und du kannst nichts dagegen tun. Nia Jax ist davon komplett getriggert und steht auf und geht. Das war das Interview. Ja, das war auch ziemlicher Quatsch. Es ist nicht besser geworden, Marcel. Das war so ein bisschen edgy-bedgy. Du hast mir das Match weggenommen. Jetzt nehme ich dir dein Match weg. Oh, nee, wir haben das Match. Ich bin die Königin. Ich nenne dich aber nicht Königin. Das hat mir gar nicht gefallen. Also, wenn das die große Story für eine Bayley ist und vor allem die erste richtige Story seit WrestleMania, boah, dann ist der Tidal Realm bisher bei mir auch noch nicht so gut weggekommen, obwohl da viel drinne wäre. Aber auch das hat sich nicht so geil angefühlt. Ich glaube aber, dass das Match unterm Strich doch ganz gut wird. Und da müssen wir mal schauen, wenn der Nia Jax da rausgeht. Vielleicht beginnen dann wieder die richtigen Geschichten. Aber das ist doch auch nichts Halbes und nichts Ganzes, oder? Nee. Also, ich neige dazu, die Dinge übermäßig zu sarkastizieren. Das muss ich ja zugeben. Also, es war schon ein bisschen mehr drin. Aber es ist nicht das drin, was ich mir erhofft hätte irgendwie. Man hatte ja eine Geschichte zwischen Bayern. 2015 haben die Match bei NXT gehabt. Krasses Match. Da wurde Bayley komplett zerhackt von Nia Jax. Hat dann aber trotzdem gewonnen am Ende. So Cody Rhodes-Style. Und 2017 war ja die Geschichte, dass Bayley verletzt wurde tatsächlich von Nia Jax und deswegen ihr SummerSlam Match verpasst hat. Man zeigt aber 0,0 Bilder dazu. Man sagt einfach nur, dass das so gewesen ist. Und ihr wisst das schon bestimmt. Das könnte noch intensiver sein. Und dieses ganze Jahr, du bist Königin nicht. Das hat nicht funktioniert. Also, vielleicht dann doch nebeneinander stellen, dass die sich dann gegenseitig wirklich anreden. Das ist dann vielleicht doch besser, auch wenn es Nia Jax ist. Und jetzt ist die das vielleicht nicht ganz so gekannt. Aber das hat mir nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, was am Ende los war. Ob Nia Jax vielleicht irgendwie keine Ahnung mehr hatte, was sie sagen sollte oder ob das an ihr nagt. Man ging so ein bisschen auf die Ebene, von wegen Bayley hat gesagt, du hast mich damals nicht plattgemacht, weil du so gut warst, sondern weil du einfach rücksichtslos bist. Weil du mich einfach kaputt gemacht hast, obwohl du das nicht solltest. Und so vielleicht hat das an ihr genagt. Das habe ich nicht verstanden. Das fand ich tatsächlich nicht so gut. Und zu Bayley ganz kurz. Also, ich fand es ja gut, dass man sie die letzten Wochen so ein bisschen rausgenommen hat, weil wir hatten so viele Champions nach WrestleMania, dass man Bayley dann so ein bisschen gesigned hat. Das habe ich ja immer gelobt. Aber wenn da jetzt nichts kommt und wenn sie jetzt sogar den Gürtel verlieren sollte gegen Nia Jax, dann war das alles für die Katz. Also, jetzt ist der Punkt, wo dann Bayley tatsächlich eine große Story kriegen muss und wo das dann alles aufblühen muss. Also, mach das bitte, WWE. Ansonsten muss ich das nochmal revidieren, was ich gesagt habe. Das ist es halt. Wir hatten eine Show ohne die Tag Team Champions. Der US-Champ, der war nur in einem kurzen Redensegment. Es wäre doch Platz für eine Bayley gewesen. Und die waren auch beide in der Halle. Das sehen wir später dann noch. Da macht doch irgendwas Face-to-Face. Und vor allem das, was du gesagt hast. Die Story ist ja da von 2015. Aber dann zeig mir das. Ich will das sehen. Ich möchte es nochmal gezeigt bekommen. Ich möchte, dass da eine Intensität reinkommt. Und einfach nur dieses Hin- und Hergerede und beide sitzen in ihrem Raum, das zieht bei mir einfach nicht. Und das ist mir dann zu dünn. Weil grundsätzlich ist ja genug da, um das heißer zu machen. Aber die WWE nutzt es einfach nicht. Und das ist sehr, sehr schade. Ja, also mit den Leuten, die nicht da waren, keine Ahnung, ich kann nur spekulieren. Es war ja dieser Flugausfall, dieses Computer-Dingen, wo dann die ganze Welt irgendwie Probleme hatte. Ich habe es nicht ganz mitgekriegt, weil bei mir war es zum Glück nichts gewesen. Aber es waren wohl einige nicht bei der Show da, weil sie es nicht konnten. Andererseits habe ich mir mal so das Roster angeguckt. Also so ein Randy Orton, okay, aber der wäre sowieso nicht da gewesen. Oder ein AJ Styles, der ist in Japan irgendwo. Deswegen, ich glaube, die großen Stars haben nicht gefehlt. Ich denke nicht, dass das diese Show so zerstört hätte, die wir jetzt ein wenig zerreden tatsächlich. Ich glaube, daran liegt es nicht. Aber wenn das so ist, okay, dann muss man was umschreiben. Kann ja sein. Würde es entschuldigen. Trotzdem war es scheiße. Das Nächste auch. So, vor der Show gab es eine Konfrontation. Vor dem Büro von Nick Aldis, zwischen Jade Cargant und Bianca Belair einerseits und Chelsea Green und Pfeiffer Niven andererseits. Thema des Gesprächs, wer darf zuerst mit Nick Aldis sprechen? Thema dieses Gesprächs wäre dann in beiden Fällen gewesen, wer bekommt ein Tag-Team-Titelmatch? Bianca Belair jetzt mit der Idee des Tages zu Chelsea Green. Lass uns das doch einfach im Ring klären. Dafür sind wir da. Im Ring passiert das. Bianca Belair gegen Chelsea Green. Es gibt einen Einroller in unter einer Minute wegen mir. Was soll's? Und jetzt tauchen am LED-Tron die Ex-Hexen auf. Mal schauen, ob es ein Rematch gibt, sagen die uns. Also quasi Stillstand, Deluxe. Wer braucht schon Inhalt? Und just in diesem Augenblick macht sich LR9 auf den Weg, um irgendwas noch viel Wichtigeres zu erledigen. Habe ich mir an diesem Punkt der Show gedacht, okay, ich kann auch direkt wieder ins Bett gehen, weil da habe ich jetzt so gar keinen Bock drauf gehabt. Nö, hat mir auch gar nichts gegeben. Also unter einer Minute der Roll-Up, Quatsch. Ich kann da auch gar nicht so viel zu erzählen. Also für mich bleiben die Hexen Hexen. Jetzt bekommen wir das Match wahrscheinlich beim Summerslam. Es ist halt nicht heiß. Und auch, dass die Hexen jetzt schon wieder ein paar Wochen nicht richtig in den Shows präsent sind, ja, dann stampft die Titel endlich ein. Also jetzt ist ja wohl der späteste Zeitpunkt, um zu sagen, das Ding ist gescheitert. Wir stampfen das Ding ein und gut ist. Aber es bringt doch nichts, die Matches jedes Mal so aufzubauen, dass irgendein Roll-Up-Sieg ist. Und auf einmal sind die auf dem Tron und oh, wir haben das große Match beim Summerslam. Da ist ja keine Substanz drin. Also das kannst du so wegschmeißen. Deswegen skippen wir das direkt und gehen am besten zu L.A. Knight, weil da war ja wenigstens ein bisschen was drin. Aber bei der Frauen-Tech-Division, also die ist völlig am Ende, ganz ehrlich. Ja, bei L.A. Knight war was drin, gebe ich zu. Aber es ist halt L.A. Knight ist für mich so das Synonym von der macht irgendwas und es hat einfach keine Hand und Fuß. Der macht halt was. Es ist geil. Was J.U. so bei Raw macht, macht der L.A. Knight per SmackDown. Es ist geil für die Leute, aber irgendwie ist kein Inhalt drin. Müssen wir mal gucken. Denn Nick Aldis steht erstmal im Ring mit den Verträgen. Denn wir haben ein US-Title-Match beim Summerslam. Kein Tisch, kein Teppich, keine Pflanzen. Nichts da. Die hätte ja jemand reintragen müssen. Das wäre zu viel Aufwand. Deswegen ist das nicht. Es ist ein Contact-Seite, wo einfach nur Nick Aldis steht. So möget ihr hier rauskommen, liebe Leute. L.A. Knight kommt raus. Ich weiß, Champion Logan Paul kommt raus. Logan Paul fragt, warum sollte ich dem ein Titel-Match geben? Gründe oder so. Brauchen wir nicht. Will er einfach nicht. L.A. Knight sagt, ich habe mir das verdient. Ich habe sogar in einen Pool gepieselt. Das fand ich lustig. So, und der Logan Paul, der macht das jetzt persönlich. Und jetzt kommt das, worüber wir wirklich reden sollten. Er nennt jetzt den L.A. Knight Sean bei seinem echten Namen. Sean Ricker heißt er. Du brauchst das Match, ich brauche das nicht, denn deine ganze Existenz liegt hier im Ring. Ich hingegen interviewe Donald Trump, hat er wirklich gemacht, und mache so viel im Internet und überall. Ich bin ein Megastar. Du bist so ein Catchphrase-Bodybuilder-Typ. Voll cool, finde ich das. Aber du bist nicht ich und nicht mal The Rock bist du, obwohl du das immer sein willst. Und L.A. Knight sagt, du tust doch nur so, als wärst du US-Champion. Du hast keine Eier, um gegen mich anzutreten. Das liegt wohl in der Familie. Das spielt ja auch Jake Paul an. Und Logan Paul sagt, ja komm, dann kann ich ja jetzt nicht anders. Du hast mir zwar nichts zu geben, aber okay, ich unterschreibe das. Jetzt könnte es Klopperei geben, aber Nick Aldis hat Autorität. Man geht aus dem Ring raus, dann aber doch Klopperei. Was soll's? So ist das. Wie fandst du dieses Segment? Ah, geht so. Hält sich in Grenzen. Ich finde L.A. Knight, ihr wisst, also Marcel und ich, wir sind beide nicht die größten Fans von L.A. Knight. Dementsprechend holt er mich hier nicht so ab. Auch Logan Paul, weiß nicht, der ist heute nicht ganz so gut weggekommen, hat mich mit der Promo nicht abgeholt, auch wenn er ein bisschen mehr reingebracht hat, aber am Ende, also er beleidigt einmal irgendwie den Bruder und sagt, ja, ihr habt keine Eier und er unterschreibt das Ding, obwohl er ein paar Minuten vorher gesagt hat, ja, du hast es dir nicht verdient, so ist das alles, was du sagen musst, um US-Tidal-Match zu bekommen. Ist mir ein bisschen, es ist mir nicht ein bisschen dünn, weil wir die letzten Wochen schon was dazu hatten, aber ich hätte mir noch gerne so einen Höhepunkt gewünscht, wo dann wirklich gesagt wird, boah, jetzt, jetzt hast du die Linie überschritten, jetzt ist vorbei, jetzt kriegst du dein Match. Das hat mir ein bisschen gefehlt, ansonsten ja, ich freue mich auf das Match. Wir haben, glaube ich, seit WrestleMania gesagt, das Match wird kommen, jetzt ist es soweit und ich fände es auch gar nicht so verkehrt, wenn LA Knight endlich seinen Großmoment bekommt. Ist für uns nicht der geilste Moment, weil wir nicht die größten Fans sind, aber es gibt die ja da draußen und dann gibt es den Fans recht und dann hast du auch einen US-Champion, der mehr als zweimal innerhalb von über einem halben Jahr verteidigt, habe ich nämlich gesehen, der Logan Paul hatte erst zwei Titelverteidigungen, das ist sehr wenig und dann ist LA Knight als regelmäßiger Champion in den Shows. Ich glaube, das wird den Shows auch wieder gut tun, weil dann ist nämlich genau das, was wir angesprochen haben. Du hast ganz oft die Champs nicht da und LA Knight ist ja am Start und von daher ist okay. Ich bin gespannt, wie LA Knight als Champ performen wird, wenn er den Titel dann gewinnen sollte, aber jetzt das Segment selber hat die Show für mich jetzt nicht aufgewertet, bin ich ehrlich. Ja, also ich sage mal unter den Umständen schon irgendwie, aber es war nicht das beste Segment. Ja gut, Logan Paul, das ist ja lustig, dann ist der ja noch weniger als Roman Reigns unterwegs und dann ist, naja, das ist Roman Reigns das Workhouse zwischen den beiden, aber darauf kommt es ja auch gar nicht an. Der macht ja, der zieht ja der Metide und das kann er auch und das macht er auch gut. Ich habe ein ganz anderes Problem damit, also mit LA Knight sowieso, aber das ist wahrscheinlich auch was Persönliches, weil ich weiß ja, dass er gefeiert wird. Das Match selber habe ich Bock drauf. Ich wollte es ja eigentlich schon bei WrestleMania gesehen haben, deswegen das ist völlig in Ordnung und der Auffahrer ist jetzt auch in Ordnung. Aber was jetzt in der Promo passiert ist, also es ist jetzt nicht so, dass sich der LA Knight irgendwie blamiert hätte oder so, dass er da nichts sagen konnte oder was. Der hat schon auch ein paar ganz coole Sachen gehabt, aber ich finde, der Logan Paul ist zu weit gegangen, ehrlich gesagt, weil der Logan Paul hat ja jetzt komplett LA Knight demontiert. So habe ich das. Also der hat ja gesagt, der hat ja exakt das gesagt, was der LA Knight ist. Der ist eine Catchphrase-Fabrik, der rauskommt, der ein bisschen Muskeln pumpt, der im Ring gar nicht so gut ist und der davon lebt, dass der immer ja, ja, ja sagt und mehr ist es ja nicht. Und damit hat er ja komplett den Babyface Logan LA Knight hat er ja komplett fertig gemacht. Was sollen wir denn jetzt den noch anfeuern? Also da waren auch jetzt bestimmt einige Publikum gesagt, stimmt, der hat ja recht. Warum sollte ich denn den LA Knight jetzt anfeuern? Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was er erreichen sollte. Das ist, ich habe mir das überlegt, das ist wie wenn du so früher zum Undertaker gegangen hättest und gegangen wärst als Böser und hättest gesagt, ja, Undertaker, die Production Crew, die macht doch ständig deine Blitze. Du kannst das doch gar nicht. Was soll denn der ganze Scheiß mit dem Aufstehen? Das ist ja Resting, das ist doch eh alles Fake. So hat sich das angefühlt. Jetzt nicht so krass, aber um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn man zu John Cena sagen würde, du bist doch nur eine T-Shirt-Maschine. Das ist so, es ist keine Heal-Heat von mich, sondern es ist so eine, wer braucht dieses Matchen dann überhaupt noch, aber das ist vielleicht wieder ich, weil ich das zu viel gesehen habe für solche Sachen oder so. Aber deswegen fand ich das ein bisschen schwierig, was der Lennart gesagt hat, obwohl er es ja cool gesagt hat. Da waren so Spongebob-Referenzen drin und so, die ich dann sogar verstanden habe. Das war ja okay, aber es hat glaube ich ein bisschen das Ziel verfehlt. Das hatte ich jetzt so den Eindruck, Chris. Ja, bin ich ganz bei dir. Also er hat halt diese persönliche Schiene versucht reinzubringen. Das verstehe ich ja, um das alles ein bisschen vorwärts zu bringen, aber er hat ihn da auch exposed. Also wir wissen ja alle, er ist halt nur diese Catchphrase und er ist halt nur der, der die Promos macht und mittelmäßige Matches abliefert, aus meiner Sicht. Ich denke, da sind wir uns aber alle einig, dass er nicht der größte Wrestler aller Zeiten ist. Ja, jetzt hat er das exposed und jetzt bin ich mal gespannt, wie die nächsten Wochen darauf reagiert wird. Jetzt haben wir es im TV angesprochen und von daher muss ja irgendeine Reaktion von L.A. Knight kommen. Ich glaube aber ganz ehrlich, die werden jetzt, wir haben noch zwei Smackdowns vorher, die werden das ganz langsam durchspielen und dann wird es einfach das Match geben. L.A. Knight gewinnt meiner Meinung nach den Titel und dann wird darüber keiner mehr reden, aber das ist schon ein Aufhänger, wo ich auch ein bisschen mit den Augen gestutzt habe und sagen würde, das ist interessant, wie man das hier erzählt hat. Ich weiß nicht, wie der Vertrag von L.A. Knight ist, aber wenn er danach noch relativ regelmäßig in den Shows ist, dann wird auch L.A. Knight das nicht gewinnen, genauso wie er nicht gegen Roman Reigns gewonnen hat, also weil dann sehe ich das nicht, aber gut, das werden wir dann in der Preview besprechen. Die einzige richtige Reaktion für L.A. Knight, um das jetzt wieder zu fixen und um auch in meinem Standing aufzusteigen, wäre, dass er von seinem hohen Rost runterkommt und sagt, Moment, vielleicht hat der L.A. Knight ja recht und jetzt muss ich mich selber beweisen und jetzt muss ich irgendwas leisten von mir aus und mich verändern, so ein bisschen heldenreisemäßig, damit der Logan Paul am Ende dann doch verliert und dass die Leute sagen, nee, der kann ja doch mehr, der L.A. Knight. Die Frage ist nur, siehst du das kommen, gerade bei L.A. Knight? Der kommt nächste Woche auch wieder raus und sagt, yeah, yeah, yeah. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass der auf so eine Heldenreise geht. Ich meine, das ist ein erfahrener Mann, also der wird im Ring schon einiges mehr können, als er da zeigt. Ob er das dann aber auch vor dem TV zeigen wird, das ist dann so die Frage. Ich sehe es nicht kommen. Ich glaube, dieses Ding mit L.A. Knight, dieses yeah, 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 es funktioniert viel zu gut für die WWE, als dass sie jetzt sagen, komm, wir machen jetzt schon ein Gimmick-Change. Das kannst du in zwei Jahren erwarten, wenn das Ding durcherzählt ist und der keine Reaktion mehr zieht. Aber aktuell, es funktioniert, die T-Shirts werden verkauft, er ist Topseller, alle schreien yeah, yeah, yeah. Das funktioniert und warum sollte die WWE dann was verändern? Wir wissen ja auch, dass die WWE gerade in der Ära ist von wir machen jetzt mal nur so viel, wie wir müssen und solange es funktioniert, musst du nichts ändern und deswegen wird das, glaube ich, nicht passieren. Ja, diese Smackdown-Ausgabe war ja der absolute Beweis und jetzt haben wir nicht die Ausrede, dass wir im Grunde Frankreich sind und für die Crowd ein Haus schon machen. Das war jetzt schon offiziell Omaha, Nebraska. Deswegen, also L.A. Knight, ich sehe das tatsächlich nicht und wie du schon sagst, warum sollte man es ändern, wenn es doch funktioniert? Ja, aber normalerweise müsste sich L.A. Knight jetzt verletzlich zeigen und er müsste sich Freunde und Mentoren suchen, wie wir das kennen, damit da eine tolle Story draus wird, wird er aber nicht tun. Yeah, yeah, yeah. Und ich denke, wenn Logan Paul bleibt, dass er verliert, aber dass Logan Paul gewinnt und L.A. Knight verliert, das werden wir dann sehen. Es geht noch ein bisschen weiter. Backstage, L.A. Knight geht jetzt an Santos Escobar und Elektra Lopez vorbei, der sagt Glückwunsch, dass du deinen Match jetzt hast, freut mich, aber wir hatten ja ein Schiffes-Thread-Match und da hast du ja den Logan Paul gepinnt, aber nicht mich. Wenn du mich gepinnt hättest, nee, wenn ich dich gepinnt hätte, wäre es anders gelaufen. Irgendwie sowas, wie wäre es mit einem Match. Und das ist so der Inhalt, auf den wir uns zusteuern. Nächste Woche Santos Escobar gegen L.A. Knight, das ist auch eine große Nummer. Haben sie sich wirklich Ja, was ist das denn auch für eine Aussage vom Santos Escobar? Du hättest ja auch einfach einen aus dem Match pinnen können, auch den L.A. Knight und dann hättest du gewonnen und dann würdest du dich jetzt nicht beschweren. Also, das ist mir auch vom Inhalt wieder zu wenig und dass man das als Aufbau nimmt für eine Smackdown nächste Woche, ich weiß ja nicht. Der wird den halt weglatschen und fertig ist und ich glaube auch, dass das Match, das wird halt nicht das sein, was wir jetzt erwarten, so dieses Breakout-Match, wo ein L.A. Knight dann nochmal in einer anderen Facette raussticht. Es wird ein 08-15-Match, 5 Minuten BFT, er wird das Match gewinnen und that's it und dann haben wir Santos wieder ganz weit nach unten katapultiert und fertig ist. Also, das als Aufbau zu nehmen, boah, wenn das alles ist, was momentan in den Sinn der WWE kommt, dann ist das leider ein bisschen wenig. Ja, es ist schade, weil Raw, da passiert halt so viel gerade und die ganzen Storys, die da sind, und was ich da feiere, bei Smackdown ist es echt, es wird sehr, sehr niedrig gekocht und das schon seit Wochen, geht gleich ja noch so weiter, aber ich muss jetzt sagen, in meinem ganzen Gemecker von heute, jetzt kommt was, das hat mir verhältnismäßig gut gefallen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das mega geil war, aber hier ist zumindest was passiert und da bin ich ja schon mal dankbar für, dass Dinge passieren, mit denen ich nicht gerechnet hätte, denn zuerst sehen wir einen Tiffany Stratton, Einspieler. Da sind so alte Aufnahmen von NXT dabei, als Little Rich Girl ist sie gestartet. Wenn man Tiffy ist, dann ist man perfekt, ich bin das Zentrum des Universums, Tiffy in the Bank, habe ich mir als alter Physiker gedacht, zum Glück sagt sie nicht, ich bin das Zentrum der Galaxie, denn das ist ein schwarzes Loch und das ist sie ja definitiv nicht. Jetzt haben wir das Match Tiffany Stratton gegen Meecin. Meecin ist jetzt so eine, die holt man immer raus. Meecin wird so langsam zum Bronson Reed von SmackDown. Die kommt dann immer irgendwann raus, die macht Power rein und so und verliert aber. Naya Jax ist dabei, begleitet Tiffy, der Koffer ist natürlich dabei, das ist klar. Und Tiffy versteckt sich auch so ein bisschen im Laufe des Matches hinter Naya Jax, das ist ja ihr Ding, also warum denn auch nicht? Trotzdem ist sie ja stark. Also das finde ich ganz schön, diese Ambivalenz. Sie könnte es eigentlich auch im Ring, aber sie ist trotzdem ein bisschen feige. Das nennt sich dann clever in meinen Augen. Naya Jax hilft auch dann am Ende, aber jetzt kommt Bayley raus. Bayley kümmert sich jetzt um Naya Jax, das heißt dieses ganze Interview von wegen wir treffen uns nicht, war Käse, weil wir wissen, beide sind da, nimmt ein bisschen die Illusion raus und jetzt macht die den Koffer kaputt. Das habe ich nicht gedacht, das habe ich nicht gedacht. Die nimmt sich jetzt den Koffer von Tiffany Stratton, macht den kaputt. Unfassbar. Ich würde die Anzeigen an Tiffany Strattons zur Stelle. Klare Sachbeschädigung. Ich habe mich gefreut, man sieht, dass wieder ein Vertrag drin ist mit einer Mappe, das fand ich toll. Es gibt einen Einroller und Meecin gewinnt. Finde ich aber ganz gut. Nächste Woche gibt es ein Tag Team Match zwischen den vier, kann man sich ja vorstellen. Und Chris, erst mal, wie hast du das gesehen? Und dann sage ich, warum ich das relativ gut fand. Ich fand das auch gut. Also generell zum Matches, das fand ich in Ordnung. Dann kam halt der Eingriff, Roll-Up, ja okay. Aber erst mal hat ein Mädchen, der hat jetzt nach den letzten Wochen, nachdem sie so harte Matches abgeliefert hat, auch mal einen Sieg verdient. Das kannst du gegen eine Tiffy machen, weil es auch zu Tiffys Charakter passt. Ja, dass der Koffer dann kaputt gemacht wurde, finde ich cool, weil ich glaube, dass die Tiffy jetzt sehr kreativ ist und sich einen richtig schönen neuen Koffer anfertigen lässt. Also entweder Koffer oder wie wäre es denn mit so einer Handtasche? Einfach mit so einer Prada oder Louis Vuitton-Handtasche, wo der Briefcase drin ist, damit kommst du rein. Ja, es gibt doch diese Bling-Bling-Sets bei Karstadt in der Spielzeugabteilung, wo man so Diamanten aufklebt und so. Und dann macht die eine Handtasche draus. Ja. Ja, bitte. Bitte. Und dann hat die eine Tiffy-Handtasche und da ist er drin. Eine Bling-Bling-Handtasche. Ist doch eine coole Idee. Ja, eben, finde ich auch gut. Das ist einer meiner Gründe, warum ich das gut fand, tatsächlich. Ein Match brauchst du jetzt nicht drüber reden. Und dass die Tiffany Stratten verliert, passt ja auch in den Charakter. Und trotzdem wird sie ja schon irgendwie stark dargestellt, die aber sich clever hinter Nia Jax verstand. Und dafür ist Nia Jax ja da. Das fand ich gut. Bayley hat zumindest jetzt so ein bisschen was gezeigt. Also dass sie sagt, ja komm, ist mir egal. Nein, sie greift da ein. Weil sowohl Nia Jax als auch Tiffany Stratten sind ja Herausforderinnen für sie. Wade Barrett ist das, glaube ich. Wade Barrett sagt während des Matches, dass Tiffany Stratten gerade die mächtigste Frau der WWE ist, weil sie eben diese Koffer hat. Das fand ich ganz cool. Mithin fand ich ganz cool, weil zum einen, du hast ja dieses Matchkampf gegen Jada Parker bei NXT, was ziemlich viel Beachtung gekriegt hat, dieser Streetfight. Mithin ist gerade so ein bisschen schon irgendwie dabei, nach oben zu gehen. Und da hat man gesagt, tatsächlich am Kommentar, Mithin hat sich jetzt beim OC etwas gelöst und jetzt will sie durchpowern. Kann Mithin dann auch gebrauchen, kriegt jetzt ein Tag-Team-Match mit Bayley, mit der Champion. Das heißt, sie ist irgendwie in diesem Geschehen drin. Fand ich ganz cool. Sie hat profitiert. Und Nia Jax, so und jetzt kommt's. Ich habe ja gerade schon in dem Interview gesagt, sie reagiert ein bisschen komisch drauf von wegen Nia Jax, du kannst ja gar nichts. Es geht nicht darum, dass du stark bist, sondern dass du einfach rücksichtslos bist und deine Leute alle kaputt machst. Vielleicht nagt das für dich ein bisschen. Vielleicht interpretiere ich auch wieder zu viel rein, weil Nia Jax ist ja jetzt hier nicht voll bei der Sache, sondern sie lässt sich ja wegbrouren von Bayley und sie hilft ja Tiffany Stratton nicht. Das fand ich ganz interessant. Ich weiß ja auch mal, was daraus macht. Vielleicht interpretiere ich wirklich zu viel rein. Aber das könnte so ein bisschen Nia Jax zumindest eine Edge geben. Nicht, dass sie nur ist, ich bin die Königin, ich gewinne alle, sondern so ein bisschen Verletzlichkeit. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber dieses Segment fand ich das Beste. So auf einem relativ verhältnismäßig niedrigen Niveau. Aber trotzdem das Beste von heute. Ja, ja, war schon was drin. Ich hatte da auch Spaß mit und ich bin tatsächlich auf das Match von Nia und Bayley dadurch ein bisschen gespannter. Auch wenn ich sage, da wäre halt immer noch mehr drin gewesen. Also den Punkt vertrete ich weiterhin. Da wäre natürlich immer noch mehr drin gewesen. Aber nichtsdestotrotz versucht man hier jetzt wenigstens mit aktuellen Mitteln was reinzubringen und diese verletzliche Seite von Nia zu zeigen. Ich glaube, das ist ganz gut, damit man auch zeigen kann, dass sie prinzipiell besiegbar ist und nicht dieses brutale Monster, was alles gewinnt. Finde ich nicht verkehrt und da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Lass mich mal ein bisschen booken. So, wir haben noch ein bisschen Zeit heute. Ich würde das booken, und zwar so, Tag Team Match haben wir jetzt. Das gewinnen die Guten, klar, weil Bayley Champion und so. Dann Bayley und Michin, die müssen sich ja beweisen, Michin möchte jetzt gerne selber auch ein Titelmatch haben und das gewinnt Michin. Bayley, oh mein Gott, ich zweifle an mir selber. SummerSlam gewinnt Bayley gegen Nia Jax. Nia Jax am Boden. Was passiert jetzt mit mir? Hat die nicht etwa recht? Das heißt, wir haben Nia Jax immer noch böse, aber eine Nia Jax, die ein bisschen an sich zweifelt. Und Tiffany Stratton, der das ganz egal ist, weil sie hat ja trotzdem immer noch diesen Koffer. Sie kann ja jederzeit einkaschen und die geht sowieso ihren Weg. Es ist ja kein Koffer mehr, es ist ja deine blingende Handtasche in unserem Szenario. Und deswegen, das wäre ein Szenario tatsächlich, wo man aus dem Nichts auch heraus vier interessante Frauen dann gebaut hat oder vier Storys, die man weitererzählen konnte. Ich hoffe, die machen das. Ich hoffe, es wird nicht so Nia Jax gewinnt Tiffany Stratton Cash da ein. Bitte nicht. Nee, dafür ist es auch zu früh. Also für mich ist auch die Geschichte mit Nia und Tiffy noch gar nicht Ende erzählt. Da kannst du noch einiges reininterpretieren. Von daher, lass dir da mal Zeit. Wir haben ja auch einen Royal Rumble im Januar und da ist es immer noch genug und dann hast du trotzdem vier, fünf Monate Smackdown eine vernünftige Frauenstory erzählt, wo was drin ist. Das möchte ich auch lieber noch ein bisschen sehen. Guck, siehst du ihn? Dann schauen wir mal. Siehst du ihn da hinten? Wir haben einen Silberstreif am Horizont bei Smackdown. Wir haben irgendwas, wo eine Story passieren könnte. Ja, da. Dann da hinten. Guck mal. Ja. Ja. Da ist er. Da ziehen wir uns jetzt hoch. Ja. So, und jetzt ziehen wir uns wieder runter. Wir gehen in den Tischraum der Bloodline Tonga Edition. Also das Visual ist cool. Da kannst du nichts sagen. Tisch, dunkel. Dann ist so Lichtstrahl wie so Jesus. Hinten ist die Kette mit dem Jacko Fatou krasses Ding. So Lucy Korr sagt, das Leben ist so gut als Tribal Chief auf der relevanten Insel. Mich interessiert, wer so dämlich sein wird, um heute mit Cody Rhodes abzutecken. Wer immer du bist, du bist dann mein Gegner. Das wird heute mal besser ein Handicap-Match für Cody Rhodes. Ja, das war ganz okay. Aber ich hab's auch nicht ganz verstanden, weil das kann dem doch eigentlich egal sein, wer gegen Ossesir und Grayson Waller kämpft. Das ist ja, also wenn's jetzt gegen die Bloodline selber gegangen wär, hätte man das sagen können. Aber so, was interessiert denn Solo das eigentlich? Ja, hab ich auch nicht verstanden. Also ich fand die Promo cool. Die war gut produziert. Die sah badass aus. Aber halt mit Cody, das gefällt mir nicht. Wenn das in irgendeinem anderen Kontext wär, wenn Solo das gemacht hätte für einen US-Title und der will darauf gehen, dann wär da für mich irgendwie ein bisschen mehr Spannung drin. So, ja, war's nett produziert, aber mehr auch nicht. Nee. So, und jetzt kommt der Matchflow zu den Geschehnissen von letzter Woche und da muss ich jetzt aufklären, weil unser Flow letzte Woche, das ist nicht der Flow von Matchflow, der heißt nur so, hat das nicht gewusst. Gut, dass ihr uns habt, wir sind die Smackdown-Experten und nicht dieses Austauschteam da von letzter Woche. Ich hab das schon vor Monaten, vor Jahren wusste ich das schon, denn das ist ja diese Werbung Progressive, das ist eine Versicherungsfirma, vor allem machen die Autoversicherung, Kfz-Versicherung und die macht die Werbung und die haben ein Segment jede Woche bei Smackdown geboot und da wird dann irgendeine Scheiße gezeigt und Hauptsache da steht Progressive und das heißt Matchflow, weil, und das kennt man, in Amerika kennt das jeder, Flow, das ist so das Maskottchen von denen, das ist so die Versicherungsbeauftragte, die immer in der Werbung ist, die heißt Flow, das ist eine Kultfigur bei denen, das ist so ein bisschen wie der Herr Kaiser von Hamburg-Mannheimer bei denen. Also wenn das Ganze in Deutschland wäre, dann wäre es nicht der Matchflow, sondern der Match Herr Kaiser. Aber das wäre kein Wortspiel, deswegen würde man das nicht so machen, aber Matchflow passt ja auch, da wäre noch ein W hinten dran. Deswegen, weißt du, hier ist der Mehrwert, wir haben die Informationen für euch, vor allem du. Jetzt wisst ihr, was der Matchflow ist, ja, das ist gut, das ist gut. So und jetzt kriegen wir die Ankündigung von nächste Woche, das ist genauso spannend, was passiert bei Smackdown, es wird episch, pass auf. Es heißt offiziell, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wörter, das ist wieder meine WWE. Es heißt, Tag Team Championship Number One Contenders Gauntlet Match. Das findet nächste Woche statt, es sind Teams, Street Profits, Apollo Crews und Baron Corbin, Bloodline, Legado del Phantasma, Pretty Deadly und der OC. Die machen da alle mit und wer das gewinnt, der kriegt ein Match gegen die Tag Team Champions irgendwann, wahrscheinlich beim SummerSlam. Ist das geil oder ist das geil? Ist super, ich möchte rausstellen, wir sind zwei Wochen vor dem SummerSlam und das ist, wie gesagt, das Beste, was der WWE aktuell einfällt. Da merkst du schon alleine, in der Tag Division ist nichts los, die ist todestod. Du musst irgendwelche Gauntlets und Number One Contender Matches machen, da könnte ich mich schon wieder ein bisschen aufregen und reinsteigern, aber okay, dann nehmen wir das nächste Woche, dann ist das der Weg in Richtung SummerSlam, Tag Team Titles und ja, Story wird hier nicht erzählt, das ist nicht so wichtig. Nein, und die Bloodline gewinnt, aber das ist ein anderes Thema, jetzt ist Main Event Zeit, jetzt, Achtung, Cody Rhodes spaziert und ich hab euch zwar schon gespoilert, aber tu mir mal so, als wenn wir es noch nicht wissen, würden, wer sein Tag Team Partner ist und ob er überhaupt einen finden konnte, also Cody Rhodes, Locker Room Leader, ob da überhaupt irgendjemand Bock hat, mit dem abzuhängen und jetzt kommt ein Mann, die überraschende Wendung, Kevin Owens, da ist er, boah, die gehen zum Ring, übrigens, seiner Mutter geht's besser, das ist die Hauptsache, das ist cool und Cody Rhodes beim Engines, der freut sich voll über seinen epischen Coup, boah, Kevin Owens, das Meisterwerk von Cody Rhodes, weißt du, und dem Kevin ist diese Drogen von Solo Cicor einfach mal nicht so wichtig, das interessiert den gar nicht, der geht da rein, das Match, tolles Match, die Bloodline gewinnt, ne, also erst gewinnen Cody Rhodes und Kevin Owens gewinnen das Match und dann gewinnen die Bloodline die Show, so ist das, Grayson Buller und Austin Zero waren auch da, sag was zu. Ach, was soll ich größer zu sagen, das Match war okay, es war halt A-Turn-Down-Under, ich verstehe immer noch nicht, warum die da drin waren, Kevin Owens ist da, oh, was eine Überraschung, ja, und am Ende war das Match ziemlich standard, es hat sich angefühlt wie so eine Hausshow-Finish, hatte ich so das Gefühl, als ob du die einfach da reinschmeißt und hier komm, Hausshow, das ist mir für den World Champion bei SmackDown, auf der Road to SummerSlam viel zu wenig, ja, dann kommt die Bloodline zerfetzt, die Cody geht durch den Tisch, haben wir letzte Woche auch schon gesehen, also auch das fühlt sich nicht besonders heiß an, Triple Powerbomb, ja, ein bisschen auf Shield angespielt, wir warten doch alle nur darauf, dass ein Roman Reigns zurückkommt, also diese ganze Road to SummerSlam und das Match beim SummerSlam, das interessiert mich eigentlich gar nicht und dann, was ist mit Cody, was ist denn mit Cody, Marcel, ich könnte ausrasten. Ja, raste aus, jetzt mal so richtig, mach mal, raste mal aus. Ich schmeiße, ich schmeiße, ich könnte ausrasten. Boah, der Chris rastet aus, wir erschaffen hier künstliche Heat, damit ihr alle auf Twitter geht und sagt, boah, weißt du, Botfall, der wird ausgerastet. Der ist ausgerastet, wirklich. Der wird nicht durchgehen, was ist denn hier drin, das ist doch nicht das Beste, was du mit einem Cody seit WrestleMania erzählen kannst. WWE, bitte, gib mir irgendwas, was du hast bei Raw, du hast Wilds und du hast Judgment, der nervt, aber der ist wenigstens konstant durch die Shows und hier ist ein Mischmasch und Cody als Champ, es funktioniert nicht, WWE, gib mir doch bitte was. Da hast du recht. Der Rant ist grismelzig. Wir sind bei SmackDown, die Show, in der Menschen durchs Pult fliegen. So, ich erzählte aber, was gewesen ist. Es sieht ja erstmal gut aus, die haben gewonnen, Cody Rhodes und Dingens hier und es sieht erstmal so aus, als die Blatt dann rauskommt, als könnten sich Cody Rhodes und Kevin Owens der Übermacht erwehren. Jetzt soll der Solo Sikor erstmal durchs Pult gehen, volliger Vollpfosten, aber dann kommt völlig überraschend Jacob Fatou, der zuvor gar nicht bei den drei anderen reingekommen ist, als hätte man es geahnt und der Jacob räumt auf. Meine Wärmepumpe des Tages, Jacob Fatou, muss man auch mal so sagen, das macht er gut. Warum ist der nicht Tribal Chief, frage ich mich, vielleicht soll ich mich das auch fragen. Es gibt eine Hip-Attack-Parade an Kevin Owens, dann am Ende die Shield-Powerbomb an Cody Rhodes durchs Pult und dem Kevin wird am Ende noch mit dem Stuhl das Genick gebrochen und Solo kriegt seine Kette. Es ist tatsächlich das Gleiche wie immer. Wir freuen uns, die Bloodline gewinnt, SmackDown ist zum Ende. Ich möchte erwähnen, wir sollten unsere Wärmepumpe der Woche umbenennen, in Klimaanlage der Woche, dann ist es wirklich warm. Das habe ich mir so gedacht, es ist wirklich warm, weil SmackDown war nicht so warm, habe ich so das Gefühl gehabt. Nee, SmackDown war nicht so warm. Also ich muss echt sagen, in der Show war bis auf die Frauen so gar nichts für mich drin. Also es hat mich gar nicht abgeholt und das ist halt, wenn ich so auf Raw blicke, bei Raw habt ihr wenigstens vereinzelte Sachen, auf die ich mich freue, wo ich sage, komm, Judgment, wie gesagt, der nervt halt manchmal, aber da hast du durch die Show hinweg irgendeine Geschichte und warum hast du hier nicht erzählt, wie der Cody verzweifelt Backstage rumläuft, sich einen Partner sucht mit Adam Pearce, nee, das ist der Falsche, hier mit Nick Aldis redet und versucht ihn da irgendwie aus dem Match zu kriegen, keine Ahnung, oder dass er versucht, die Blattlein da zu verbannen oder irgendwas. Dann erzählt es hier halt gar nichts und das ist dann wenig und es fühlt sich alles nicht heiß an. Wir sind auf der Road zu SummerSlam, das ist der zweitgrößte Event des Jahres und es fühlt sich irgendwie gar nichts heiß an. Also SmackDown ist diese Woche ist nichts gewesen und das hat sich die letzten Wochen auch schon so durchgezogen. Da sind wenig Lichtblicke, wo ich sage, da freue ich mich auch nach dem SummerSlam drauf und das ist einfach schade und mit dem Gefühl bin ich dann leider aus der Show gegangen. Ja, es ist halt, es ist ja auch nicht wirklich schlecht, sondern es ist, es wiederholt sich einfach. Es ist so einfach, ja gut, dann ist jetzt Cody gegen Solo Sikor, gucken wir uns an, wann kommt The Rock oder wann kommt Roman Reigns. Ich habe mir das tatsächlich mal aufgeschrieben, weil ich finde es bemerkenswert, wenn auch ein bisschen lustig sogar, wie die WWE einfach Pro Wrestling Sim spielt. Das machen wir ja auf Twitter. Tobi Kahn könnte das auch nicht besser. Auf Twitch machen wir das, Spotify.de, Twitch.tv, Spotify.de, nochmal Werbung gemacht. Da spielen wir ja, da booken wir ja gerade AW und da gibt es immer so vorgefertigte Szenarien, die man so anklicken kann und dann werden die dann so gemacht und die wurden allesamt heute abgearbeitet. Nur kurz vorm SummerSlam schnell noch die Klassiker rein, ich habe es mir aufgeschrieben. Der Champ muss einen Tag-Team-Partner finden. Check. Belangloses, aber geiles Match, um die Crowd wach zu halten. Check. Sit-Down-Interview und von Champion und Herausforderer. Check. Die Herausforderer siegen und werden von den Heal-Champs auf ein weiteres Mal vertröstet. Check. Contract-Signing. Check. Backstage-Segment für ein Random-Match nächste Woche. Check. Tiffany-Stratten-Segment tatsächlich oberhalb, muss ich sagen. So, dann. Promo-Clip. Check. Tag-Team-Main-Event. Check. Attacke der Bösen. Check. Wunderbar. Also es ist wirklich eine Show aus dem Reißbrett gewesen. Muss man der WWE lassen, dass man das macht, dass man die Dreistigkeit hat. Aber so clever ist das zu machen. Ich muss es loben, weil die Crowd hat es geliebt. Die Zuschauerzahlen stimmen. Die WWE ist heiß wie nie. Und deswegen machen die ja nichts falsch. Aber trotzdem sitzen wir hier, gucken uns die Show an. Jede Woche. Und wir machen das ja wirklich nicht sehr erst seit gestern. Und sind einfach gelangweilt und angepisst, dass die uns so wenig liefern. Man hätte mehr machen können. Aber warum sollte man, wenn es doch funktioniert? Das ist wie das mit dem Pferd. Das springt ja auch nicht so hoch. So wie war das? Ja, der Marcel, der Marcel, der hat mit seinen Checks gerade wirklich die Bingo-Karte einmal voll gemacht. Kannst einmal gerne Bingo schreien, Marcel. Bingo! Ja, Bingo, ne? Das hast du erreicht. Ja, es ist genau das, was du sagst. Es fühlt sich so Standard an. Und was mich dabei am meisten traurig macht, ist, dass Raw so viel Inhalt hat und SmackDown nicht. Also du hast dich sowas von klar aktuell positioniert, dass Raw die A-Show ist, SmackDown ist die absolute B-Show. Und da ist der Unterschied, der ist mir viel zu drastisch. Bei Raw, du hast ja auch so kleine Geschichten, sei es ein Chad Gable, der jetzt mit der Alpha Academy unterwegs ist, sei es ein Otis. Selbst da ist irgendwas drin, ein Otis mit seiner Crew. Du hast bei SmackDown halt so gar nichts. Und wenn dann L.A. Night rumläuft und sagt, oh, Santos, ja, oh ja, nächste Woche Match. Das ist doch kein Aufbau zwei Wochen vorm Summerslam. Und da wünsche ich mir einfach, dass auch mehr kleine Geschichten erzählt werden. Auch eine Mädchen jetzt zum Beispiel. Die bringst du gerade bei SmackDown rein. Gib ihr irgendwas. Das muss ja nicht der heißeste Shit sein, direkt um den Titel. Aber irgendwas, wo du sagen kannst, okay, ja, da hat man letzte Woche mit angefangen. Das wird bis zum Summerslam fortgeführt. Und vielleicht gibt es dann bei der SmackDown vom Summerslam ein großes Match, worauf du dich freuen kannst. Hier ist nichts. Ich freue mich tatsächlich auf gar nichts von dieser Show beim Summerslam aktuell. Und wir haben nur noch zwei Wochen und das ist einfach schade, weil alles, was mich ein bisschen hypt, ist dann der Return von Roman Reigns, der seit WrestleMania nicht da war. Und das ist dann zu dünn. Schreibt gerne in die Kommentare, ob wir zu hart sind. Aber diese Woche fand ich die Show wirklich sehr Teserstreifen. Ich gebe meine Bewertung jetzt ab. Die Show war für mich diese Woche Teserstreifen. Und wenn ich schon mal dabei bin, gebe ich die restlichen Awards. Wärmepumpe, ja, irgendwo LA Knight hat halt sein Titelmatch bekommen, ist immer noch over bei den Fans, hat die Wärmepumpe verdient. Blödian ist Cody. Jede Woche raus. Er hat gesehen, was letzte Woche passiert ist. Geht raus und kriegt genau das Gleiche, genau die gleiche Powerbomb durch den Tisch. Da ist auch nichts drinne. Ja, und das Match of the Night ist ganz klar Andrade. Und das sind meine Awards für diese Woche Smackdown. Und ja, ich gehe tatsächlich mit einem nicht so geilen Gefühl raus. Und wie gesagt, für mich hat das für den SummerSlam nicht viel beigetragen. Und ich fühle mich jetzt auf nichts mehr, als ich es vorher schon getan habe. Ach, das ist ja traurig. Wir haben die Klimaanlage der Woche. Merkt ihr das? Wärmepumpe machen wir im Winter. Klimaanlage. Kein Mensch kauft jetzt eine Wärmepumpe. Gibt es irgendjemanden da draußen, der gerade plant, eine Wärmepumpe zu installieren? Nein. Ich mache den Blödian bei Tiffany. Warum nicht? Also wir haben ein Match verloren, ein Roller, Koffer quasi verloren, schlecht. Aber gut, Cody kann ich genauso verstehen. Und Tesastreifen. Ja, es ist fast schon Tesastreifen minus. Wir machen ganz selten Schlotze. Das ist unser niedrigstes Tier. Dafür war es zu gut, weil die Chorz halt schon irgendwie geliebt hat. Aber es ist tatsächlich nicht gut gewesen. Ich habe noch, wo du das gerade gesagt hast, mit dem Vergleich zu Raw, sind mir so zwei Sachen eingefallen, die ich mal so ein bisschen erzählen könnte als angeblicher Experte. Also warum Raw besser ist als Macdon. Zwei Sachen. Main Event Szene. Du hast halt bei Raw, wen hast du? CM Punk, Drew McIntyre, Damien Priest, Seth Rollins. Wen habe ich vergessen? Gunther. Vielleicht sogar ein Jey Uso. Da hast du sechs potenzielle Main Eventer, wo alle Konstellationen irgendwie interessant sein könnten. Wo gerade so viel passiert, während du hier Cody Rhodes hast, der seine Gegner durchspielt und jetzt Solo Sekoa kriegt, weil der irgendwie ein neuer Chef ist, der gar nicht so wirkt. Das funktioniert nicht. Das ist einer der Unterschiede. Und ein anderer, vielleicht so ein technischer, du sagst diese kleinen Geschichten, die bei SmackDown nicht so stattfinden. Bei SmackDown sind die, also du hast ja Gimmicks, zum Beispiel Chelsea Green hat ein Gimmick, da weißt du, da ist sie Chelsea Green. Und bei SmackDown ist das so, dass Chelsea Green Dinge tut, die Chelsea Green tut und wir sollen das dann interessant finden. Zum Beispiel steht sie vor Nick Aldis und beschwert sich, weil sie Chelsea Green ist. Wo ist der Nick Aldis? Dann macht sie das so. Bei Raw machst du es andersrum. Da hast du etablierte Gimmicks, zum Beispiel Chad Gable. Du weißt, was Chad Gable ist, was der macht und du konfrontierst ihn mit Sachen wie der Wyatt Six, das nicht von Chad Gable oder so auskommt, sondern da kommt die Wyatt Six und du willst als Zuschauer jetzt wissen, wie reagiert ein Chad Gable in seiner Rolle auf diese Bedrohung. Und dann spielt der Chad Gable trotzdem sein Gimmick und geht trotzdem rein, aber er entwickelt sich da irgendwie dran. Das ist ein erzähltechnischer Unterschied, den ich da festgestellt habe. Das vielleicht so am Rande ist mir so aufgefallen, weißt du. Ja, das stimmt schon und ich will ja jetzt auch nicht, dass SmackDown Raw komplett kopiert, dass wir die gleichen Geschichten dann bei SmackDown haben, aber so eine gesunde Mischung fände ich schon ganz gut. Wenn der Mittelteil ein bisschen hängt, okay, aber du hast halt am Anfang mit Cody gestartet, was nicht geil ist, du hast das Ding mit Cody beendet, was nicht geil ist, dann gib mir doch mittendrin irgendwas, worauf ich mich freuen kann. Irgend so ein naschi Match, wo ich sage, geil, das ist richtig cool und interessant gewesen, dass die Story erzählt worden. Genauso was wie Chad Gable. Auch einfach mal reinschmeißen, so ein Segment. Da wäre ich ja schon ganz happy, aber bei SmackDown ist aktuell gar nichts drin und bei der Frage, wen wir hier als Main Event haben, ich sehe nur noch Randy Orton bei SmackDown und da kann man schon mal in den Raum schmeißen, hat die WWE beim Draft auch ein bisschen verkackt, weil ganz ehrlich, ein, zwei Big Namen, also Hochkaräter, hätte man ja dann auch zu SmackDown schicken können und dann wäre hier mehr drin. Im Moment ist Raw so am Kochen in der Main Event Szene, wenn ich bei SmackDown, da bin ich schon an so einem Punkt, wo ich kaum noch Alternativen sehe, die dann nach dem Summerslam kommen, bis auf Randy Orton. Also wen haben wir denn dann noch? Dann hat Cody alles durchgespielt und dann, und dann? Wahrscheinlich Gebüht von irgendeinem großen TNS-Star oder so, um Cody dann irgendwie interessant zu machen. Aber auch den musst du erstmal etablieren. Du kannst nicht einfach einen Wrestler reinschmeißen und sagen, ja, das ist jetzt der große, das hast du ja mit AJ Styles gemacht, der ist etabliert, den hast du einfach reingeschmissen. Ja, hier, Cody, nimm mal. Die Matches waren nicht heiß und du wusstest, wie es ausgeht. Und du kannst mir nicht erzählen, dass ein Joe Henry dann reinkommt und direkt den Titel gewinnt. Also das macht es ja nicht heiß, weil keine Spannung drin ist. Ich will ja auch das Gefühl haben von, zum Beispiel jetzt Damien Priest gegen Gunther. Dieses Gefühl von, okay, ein Gunther ist schon der, den wir favorisieren, aber ein Damien Priest, der hat sich die letzte Zeit so hoch gekämpft und hat so viel reingebracht, dass er auch valider als Sieger aus diesem SummerSlam-Match gehen kann. Also für mich sind beide auf einer Waage, wo ich sage, ey, die können beide gewinnen, wohingegen ein Solo gegen Cody, ich glaub doch im Leben nicht, dass ein Solo jetzt den Championship in der Hause nimmt. Und das ist dann einfach der kleine, aber feine Unterschied, gerade in der Main-Event-Szene von SmackDown, die Spannung ist nicht da und das ist was, was mir total fehlt und wo ich dann sage, ey, SmackDown kackt in der Main-Event-Szene ab und ich sehe, wie gesagt, nach Randy Orton keinen mehr, der am Start ist. Ja, es ist aber auch tatsächlich so, dass was die WWE immer macht, die eine Show ist gut und die andere dann nicht so gut. Also sobald so Rock'n'Rains und Solo, sobald das wieder aufkocht, diese ganze Geschichte, wo ja auch noch so viel drin ist, wird dann auf einmal SmackDown wieder abgehen und da die epischen Segmente haben und Raw köchelt dann so ein bisschen niedriger, dann wirst du dann Monate bei Raw dann nur Damien Priest gegen Seth Rollins oder irgendwie sowas haben, wo dann so ein bisschen zurückgefahren wird, ein IC-Title-Gauntlet-Match oder irgendwie sowas, dann bauen die irgendeine Elimination-Chemper auf, dann wird das dann wieder ein bisschen umgedreht werden, so ist es halt irgendwie immer. Solange eine Show gut ist, dann sollen wir dann wahrscheinlich auch schon happy sein, dass jeder das Springpferd und so. Ich habe es gerade falsch gesagt, aber das kennt ihr ja nicht anders. Naja, ist unsere Einschätzung, wir waren angepisst, warum sind wir aufgestanden, aber ich hoffe, euch hat zumindest unser Review ein wenig Spaß gemacht, ein wenig, dass hier schlauer Gedanken durchgekommen sind, auch wenn wir das nicht immer können, aber manchmal dann schon. Ich hoffe, ich war nicht zu sarkastisch, okay, gebe ich ja zu, manchmal drehe ich ein bisschen durch, was soll's, aber dafür schaltet ihr ja auch ein oder auch nicht, mir doch egal, ich gehe jetzt nach draußen, nee, ich gehe nicht nach draußen, nee, sehr cool. Hast du noch was Schlaues zu sagen? Ja, ich habe noch meine Lieblings Taylor Swift Songs zu sagen, hallo, du hast am Anfang gefragt. was ist dein Lieblings, nicht Songs, ein, jetzt interessiert mich doch nicht, jetzt sag einen Song und dann hören wir auf. Bejeweled, ist ein unbekannter Song, checkt den aus, Bejeweled von Taylor Swift, ist mein Lieblingssong. Be, 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 bejeweled, 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 when I walk in the room, get shimma, und den checkt ihr alle aus, dann könnt ihr euch den anhören. Während ihr alle in die Eistonne springt, macht das, weil heute ist, heute ist heiß. Heute ist Tag der Eistonne. Wir machen heute alle, alle dem Permet des AKM, wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen und winken. Man riecht sich. und da ist grappig. Untertitelung des ZDF, 2020